Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstag, den 6.05. um halb 6 Uhr morgens, aktueller Bitcoin-Kurs 34.000 Dollar, ein Plus von 0,8%. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich sehr sehr lange wirklich noch vor den Charts gehockt habe und mir Gedanken gemacht habe, ob alle Linien, die ich so eingezeichnet habe, mir persönlich gefallen, das war nicht der Fall. Deswegen habe ich das Ganze einfach nochmal überdacht. Man muss sich manchmal ein bisschen zurücknehmen und von der Seitenlinie betrachtet und ich habe Folgendes gemacht. Wir haben hier oben die wichtigste Linie im ganzen Kryptomarkt. Das ist unsere Resistance-Linie, die vom All-Time-High kommt, wo wir dann das erste Mal gescheitert sind. Sobald wir diese nach oben hin durchbrechen und bestätigen, werden wir sehr sehr schnell auch wieder das All-Time-High sehen. Und diese Linie, da diese so wichtig ist, gucke ich immer, ob es Auflagepunkte gibt. Das heißt, wir kopieren diese Linie und gucken, wo es hier möglicherweise weitere Auflagepunkte sind. Ich befinde mich auf dem Daily Chart, deswegen ist das relativ wichtig. Und ich sehe zum Beispiel hier, dass wir hier einen weiteren Auflagepunkt haben. Hier, hier, hier und hier hinten noch welche. Diese Linie habe ich auch einfach weiter nach unten kopiert und habe somit meine andere, die ich vorher hatte, rausgenommen. Warum? Die andere, die ich vorher hatte, hat uns bereits zweimal und gestern ein drittes Mal ein Fake-Out beschert. Und zwar hier, hier und hier. Das Problem an der Sache ist, ich will natürlich nicht in einem Trade gefangen sein, wo ich möglicherweise in einem Fake-Out lande. Natürlich kann mir das immer mal passieren, so wie hier. Das ist jetzt auch bei dieser Linie der Fall. Und da sind wir auch relativ schnell abgeschmiert. Aber ich möchte natürlich, wenn ich einen Break-Out habe, auch Gewinne mitnehmen. Das Problem an der anderen Linie war ganz einfach, dass ich zweimal wieder bei plus minus 0 ausgestopft werde. Und das ist nicht mein Ziel. Denn wir wollen alle Geld verdienen. Deswegen habe ich die Linie, so wie sie jetzt ist, verändert und daraus resultiert einfach Folgendes. Wir haben hier am 27. Juni einen Break-Out gehabt und haben diese diagonale Linie einfach auf dem Daily als Support bestätigt. Und sind dann wieder nach oben gekommen, sind an meiner horizontalen Linie bei 36,5 ungefähr gescheitert, kommen erneut runter und sind auf dieser diagonalen Linie wieder aufgesetzt und arbeiten uns daran im Moment nach oben. So, ich hoffe, das war ein kurzer Irrblick darüber, warum ich diese Linie verändert habe. Die gefällt mir jetzt doch deutlich besser. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die aktuelle Lage ein und das ist wie folgt. Ich habe euch gestern gesagt, dass wir nach einer relativ scharfen Korrektur immer eine Art Bodenbildung sehen, die dann mit einer weiteren absteigenden Linie begrenzt wird. Das sehen wir jetzt gerade hier. Wir hatten hier auf dem 2-Stunden-Chart eine relativ scharfe Linie, haben diese nach oben hin durchbrochen und sind jetzt hier an dieser diagonalen Linie, die wir mehrere Male, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal auf 2-Stunden-Kerzen jetzt angelaufen und nicht durchbrochen haben. Was mache ich jetzt? Nicht viel. Ich sage euch ganz klar, wenn wir eine 2-Stunden- oder am besten eine 4-Stunden-Kerze schließen über diese horizontalen Linie, die bei 34.100 verläuft, wenn wir also diese Diagonale brechen und gleichzeitig diese horizontale hier und diese vielleicht als Support bestätigen mit einer 4-Stunden-Kerze, sehe ich ganz klar, dass wir hier erstmal die 36, also als erstes die 35 anlaufen, dann die 36 und dann die 36,5, wobei wir dann hier die horizontale und eine starke diagonale Widerstandslinie haben. Mein Trade wird also sein, ganz einfach, wenn wir einen 2- oder 4-Stunden-Kerze über der 34,2, sage ich mal, schließen, werde ich eine Long-Position öffnen mit Ziel 36,5. Das wäre das Top-Ziel. Wenn wir auf die 34,8 kommen, werde ich meinen Stop-Loss erstmal auf Break-Even setzen, also auf Plus-Minus-Null und den weiter nachziehen, wenn wir nach oben ziehen. Kommen wir jetzt hier wieder runter und brechen diese diagonale Support-Linie, die von hier hinten kommt, werden wir auch wieder diese hier antesten, die aktuell bei 32,5 liegt. Brechen wir beide Linien, ja, dann sehen wir Kurse von 30,000. Das sollte dann jedem klar sein. Sprich eine Short-Position unter 33,5 mit einer 2- oder 4-Stunden-Kerze, denn wir haben noch nie eine 2-Stunden-Kerze unter dieser Support-Linie hier beschlossen. Falls das passiert, werde ich eine Short-Position eröffnen mit dem ersten Ziel ungefähr 32,5. Falls wir diese dann ebenfalls nochmal brechen, das wäre sehr, sehr schlecht. Diese müsste dann allerdings gebrochen werden mit einer 8-Stunden-Kerze. Falls wir diese dann brechen mit einer 8-Stunden-Kerze, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch die 30.000 wiedersehen. Das war ein relativ kurzes Update, aber ich habe wirklich gestern sehr, sehr lange an den Charts noch rumgefeilt und rumgesessen, um für mich ein bisschen Klarheit und in dem Fall natürlich auch für euch ein bisschen Klarheit zu schaffen, mit dem, was ich machen werde. Und ich wünsche euch in dem Sinne einen wunderschönen Dienstag und wir sehen uns gleich im Ethereum-Litecoin-Update, das Silber- und Gold-Update. Das tut mir wirklich richtig leid, ich habe das gestern noch aufgenommen. Ich habe es einfach vergessen hochzuladen, werde ich gleich nachholen. Vielen Dank erstmal nochmal für euren Support. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar für den Algorithmus. Falls ihr keine Abonnenten seid, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Ethereum- und Litecoin-Update.